Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin seit drei Jahren eng verwurzelt im Aachener Raum, im Grenzraum zwischen Belgien, den Niederlanden und der Bundesrepublik, sprich Nordrhein-Westfalen und der Aachener Region. Dort erlebe ich Tag für Tag, dass Menschen einfach die Grenze überschreiten. Sie gehen zum Arbeiten, zum Einkaufen oder um sich mit Freunden zu treffen über die Grenze. Das ist ein unschätzbarer Vorteil in unserem friedlichen Europa. Dafür lohnt es sich wählen zu gehen. Und deshalb bitte ich Sie, am Sonntag zur Europawahl zu gehen. Dein Sand, der Wegewein!